Und weiter geht's! Und wieder ein Part mit ner Truhe beginnen! Die Nebelmaske... Hahahaha! 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 Oh Gott! Nein, nicht Fluchtsauber! Bloß nicht Fluchtsauber! Oh mein Gott! Alter, das ist für eine Scheiße! Aber unser Rucksack ist fast voll! Also ne, da geht's weiter runter! Dauert noch ewig! Zwei Opale fehlen noch ein Gegenstand! Oh mein Gott, aber Nebelmaske! Cool! Ich seh die Gegner! Hm! Ist natürlich lustig! Lustig, lustig zumindest, ja ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hau'n sie da einfach so mit Gasmaske hin! Ey! Oh mein Gott! Also... Das Spiel war wirklich nur zur Verarsche gedacht! Nix damit! Ja, wir hauen mal ein ernsthaftes Spiel draus! Ich verweise nochmal auf Deathmikin! Ja! Der hat dir irgendwas gesagt von wegen... Spiel war nur als Verarschung gedacht! Von Amerika! Wurde einmal ein Riesenhit! Ich find's lustig! Hahahaha! Ernsthaft, ey! Oh Gott! Ich... Ich hab keine Ahnung, wo ich hinlaufe! Jetzt hab ich schon wieder vergessen, auf die Uhr zu schauen! Mann! Okay! Ey ho... Boah, ne Gasmaske! Ich hätt alles gedacht, irgendwie... Ne, hätt gar nicht gedacht! Es fällt mir nix ein! Super! Ähm... Ja... Irgendwas hätt ich schon gedacht! In dem Moment, aber... Nicht ne... Nicht ne Gasmaske! Ernsthaft! Boah... Ich hab mir jetzt schon wieder nen Tag versüßt! Hmhm... Wir sind immer noch langsam mal zurück! Es fällt mir grad auf! Hm! Shit! Egal! Egal, egal, egal! Mir fällt grad auf, ich kann mal wieder speichern! So! Ähm... Da ist ein Monster, also geh ich rechts lang! Da ist noch eins! Das ist für mich wahrscheinlich... Bäh... Bäh... Der ist ein Tunnel, der mich wahrscheinlich nur da in die Mitte führt! Deswegen geh ich an dem vorbei! Ähm... Um festzustellen, dass ich doch rechts lang muss! Hm! Ja... Das ist so meine... Strategie, um den richtigen Weg zu finden! Kannst euch ne Scheibe von abschneiden! Ist immer richtig! Erst im falschen gehen, und dann im richtigen! Ja... Gott sei Dank haut er immer den zuerst um! Du 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 du... Ich summ viel zu oft mit! Immer noch! Tum, Hedgeards! Hm... Wie kann ich mir das eigentlich vorstellen? Wenn... Wenn man die ganze Zeit nur auf einen Kopf einschlägt... Oh mein Gott! Einer Augenblick! Ich muss telefonieren! Wie sagt der Mensch noch so schön? Oder ein... Ja... Weiser Mensch, sag ich mal! Ähm... An dem Tag, ausdem ich... Ja... Äh... Agron und Tod. Heil, Deathmik! Aンビ! Ähm... da... ja okay... geht schon... Du... äh... wo war ich jetzt eigentlich? Ähm... Ich kann den nur mit auf automatisch werden... Nein, kann ich nicht! Ich bin ein Drottel! Jetzt hab ich gerade Turbo gedrückt... Egal... Ähm... hä? Ich kenn mich nicht mehr aus... Hä? 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 Wie bin ich denn da rüber gekommen? Hä? Hä? Hm... Also ich bin offiziell Booth... ich habe jetzt echt hier rechts nein wie bin ich denn vorhin da hochgekommen ich bin ich gerade so blöd oder was naja dann gehen wir wieder hier hoch bzw da wo wir schon waren ne den haben wir noch nicht gekillt oh mein gott ja obwohl es geht eigentlich ja ok es ist schön wenn man angerufen wird aber hey ich nehme schon jetzt wo ich nehme jetzt schon so selten auf und war ich werde eigentlich nie anrufen wirklich ja ok eigentlich nur meistens offen offen aus mein handy aber das hört keiner das ist lautlos man war ich hier nicht gerade nein war ich nicht sage ich einfach mal so ich könnte mal oben sein weil oh mein gott weg jetzt glaube ich ein bisschen nötig ja und das ist wirklich so ich werde nie anrufen aber wenn ich aufnehmen dann ich kann damit rechnen dass ich angerufen wird ich muss mein haustelefon auf lautlos machen naja jetzt komm hol die pislaken weg nenni du meine gott wie soll ich jetzt weniger abgezogen wie sagt er attacke widerstanden ist auch jetzt können sie mal aufhören und er natürlich heilt mich wieder und ich hau ihn ich hau uns hm natürlich sehr intelligent du kannst dich auch mal heilen und nicht die ganze Zeit ja ich meine von der Verwirrung heilen und nicht die ganze Zeit so heilen ja ja doch stimmt du bist ein tolles hiech und ich ich vergötere dich jetzt gerade und auf nochmal mitzureißen ha tschuldigung unlustig 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 wieso bin ich jetzt schon wieder verwirrt man ist doch echt nicht mehr toll hallo hallo ich wollte eigentlich diesen Part noch hoch zum Sir Dollar hören tot ja komm aus da rein bring doch mal nicht schon wieder diese ganzen Pislaken oh man und der haut natürlich vorbei die Potsdam und damit ich nicht verwirrt werde hau hier zu den Bomben drauf die natürlich fast nix abziehen nein so ne scheiße ach jetzt trifft er der her wow bin begeistert ah schon wieder und dann hau hier hoom so ein Müll tödüm 287 und tot. Ich sag viel zu oft das Wort tot in diesem Spiel. Denn, jawohl, in diesem Spiel sind ja auch so viele Monster tot. So. Ach, danke. Obens und, ich bin tot. Mal wieder. Nein, doch nicht. Aber gleich. Ach, komm jetzt. Du-du-du-du-du-du. Alter, wir kriegen immer so viel Erfahrung, kann es sein. Na ja, 3087. Elemente, Speziale, bla 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 blibabu. Na na na. Nein, 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 nein... Die Sau... Naja... Wenn das nötig hat, die Sau ist ja viel zu oft Sau... Ah, egal... und tot... Och, Mann... Schau mal, gegen was die... 1-1-1 Gegen was die allergisch sind... 1-1-1, noch schlimmer als 1... 1-1-1 Gegen gar nix... Gegen Wasser? Jetzt geht's auf den zweiten... Super... Eher... Wasser ist eher Schnee, oder? Ist anfällig gegen die Attack... Oh mein Gott... Hat der mich grad mit Gedämmen angegriffen? So ein Arschloch... So, und jetzt... Einer der unangenehmsten... Kämpfe, die es gibt... Ist, glaub ich, sogar ein Boss, oder? Scheiße, ich hab' nicht gespeichert... Einer der unangenehmsten... Einer der unangenehmsten... Ich hab' nicht gespeichert... Einer der unangenehmsten... Einer der unangenehmsten... Schwerer Treffer... Tod... Sehr schön... Sehr, sehr, sehr... Sehr schön... Bin stolz auf dich... Danke... Ich darf auch mal... So, ähm... Nebelaura, ich weiß nicht, wie stark wir jetzt ist... Das ist grad das Problem, weil... Einer der� ... Jaaa... Sehr schön... Naja, wir haben ja genügend Zaubertränke, also... Ah... Oder ist das nur ein normaler Bus? Nee, ist ein... Alter, der Tier geht genauso viel ab, wie ich mir daneben laufe. Nee, komm! Ah, ja, okay. Dann war's doch ein anderer Werk, oder? Ah, ich bin mir... Ah... Skidett! Oh, das... das ist so lustig. Das war jetzt lustig. Jetzt kommen wir tot. Oh, danke. Ich hab jetzt... Hat's was geleckt? Nein. Nein, er hat nicht geleckt. Nein, bloß nicht. Genau. Oh, mein... Nein, bloß nicht! Scheiß! Wieso hab ich den Zaub überhaupt gefunden? Oh... Ähm... Ach so, ich wusste nur... Hm... Toll. Ja, genau. Das war jetzt der... Endboss von da unten. Und jetzt geht's weiter. Oh mein Gott! Oh... 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 658 genau das waren die das war mit dem jetzt grad oh moi versucht den Boden zu verkriechen so schaust du mir das aus oh Gott oh Gott oh Gott es gibt's hier drin hoffentlich irgendwas hey Gold oh nee das war oh nein da rechts ist zumindest schon mal eine Truhe schau mal das auch ganz häufig nicht geschaut wie die heißen das sind genauso schwach oder noch schwächer nein wahrscheinlich irgendwas mit Dracula halt ah ich muss noch gleich Schluss machen oh mein Gott halt Panikmeister nett Panikmeister noch du es gibt mir Zeit für ein Level ab genau ha jetzt muss ich sag und eine Steinschildgrüte ähm ja dann Zeit ist rum ich sage wieder dank ins Zuschauen und bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Vielen Dank.